Wir sind ja mit dem Rank und so egal, aber so ein Funny Loose mal jetzt, weil ich es nur herum drohe, wäre schon lustig, oder? Ein Funny Loot? Ja klar! Oder so drei Reports. Ja, ein Report wird mich auch nicht... Report und morgen einen ins Gesicht. Ja, wow. Obst du, das zerstört mich, wenn ich einen ins Gesicht kriege, oder was? Ja, Gesicht zerstört verschiedene Sachen. Hm? Ich würde mich schon stören, wenn ich einen aus Small kriege. Man, ich habe niemanden einen aus Small, sonst komme ich extra aus Deutschland und habe ich allen einen aus Small. Du schon, oder? Ich schon. Weil ich so ein Zendlava bin. Ja, dir nicht, aber... Also wenn du Alex schlägst, schlage ich dich. Wenn du Martin schlägst, schlage ich dich. Wenn du Matthias schlägst, schlage ich beide. Hehehehe. Wenn du mit schlagst, dann noch die Türken. Was? Ich gehe fest, dass ich hier nur ausgeh. Oh oh! Ich gehe weh. Äh, A meine ich. Steps net. Steps short. Was? Steps short? Na doch, net. Oh nö, doch nö, jetzt nö. Die ist hier halt nicht. Oh! Oh! Der ist für den. Der hat mein Kell geklaut. Weg mit dem. Na, wieder. Ja, Leute. Los nicht. Jawoll! In Sü! Tschüss! Na! Na Alex! Nicht schon wieder! Wir hatten das geschafft! Nicht schon wieder! Wir hatten das geschafft! Nicht schon wieder! Wir hatten das geschafft! Ja! Hättest du mit dem Team nicht gestealt, dann wärst du jetzt auch auf keine Achterreise gekommen! Leute! Hättest du glaubt! Das liegt jetzt einmal raus von dem Wurstherzbuch! Leute! 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 Guck mal! 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 Der CT-Alex steht hinter dir! Warum hast du den? Hahahaha! Oh! Hahahaha! Oh! Fliat! Und dann gibt's den anderen Headshot, Alter! Hahahaha! Ja! Ach! Der ist schon los! Wir kommen ja, Mädel. Jetzt kommt das. Mades, wir sind krass. Mades, wir sind krass. Ich dachte mir gerade, woher kommt die Nate und du doch auf dem Radar da lang? Der eine Typ steht dann auf einmal vor mir, ich drück die dreh. Alex? Und gleich die nächste. Und noch eine. Die dritte, die dritte. Wo ist er wieder? Die dritte. 1-B. Lowe HB. 1-B. 2-B. Pushin B. Alexander in der Mitte. Wo ist er? Wo ist er, Lowe HB? Komm, A freu da. 8-3. Nein, letzter Mitte, Alex. Holt die Feuerwehr. Holt die Feuerwehr. Ah, Feier. Ich bin wahrscheinlich schon bei allen Abend wieder gesammelt. Bates, ich hab alles angegeben. Oh, Philipp hat einen MVP. Jesus. Was sagt man dann? Alle, die keinen MVP haben, sind dumm. Ah, ich bin dumm. Ich weiß nicht, wie man... Matthias hat auch keinen MVP, der kriegt nämlich immer nicht. Fire! Get up, play.